Mein Name ist Niki Schereig, ich bin Bundesvorsitzender der JULIS und Nationalratsabgeordneter von NEOS. Ich will euch eine ganz wichtige Botschaft mitgeben. Auch wenn wir in Österreich immer noch nicht dort sind, wo eine durch und durch liberale und tolerante Gesellschaft sein sollte, so ist auch eins ganz klar. Es wird besser. Ich selbst bin in einer sehr aufgeschlossenen Familie aufgewachsen. Bei uns zu Hause war immer klar, dass wir nicht unterscheiden, wo jemand herkommt, was für eine Hautfarbe er hat oder welche sexuelle Orientierung er hat, sondern dass wir Menschen einzig und allein aufgrund ihres Charakters beurteilen. Leider hat nicht jeder in Österreich das Glück, in seinem so offenen Umfeld groß zu werden. Aber wenn ich mir überlege, wie sich die gesellschaftliche Haltung in den letzten Jahren gegenüber Schwulen und Lesben verbessert hat, so bin ich voll und ganz davon überzeugt, dass wir in den nächsten Jahren, auch wenn es sicher noch viel Arbeit vor uns liegt, wichtige Schritte in Richtung völlige rechtliche Gleichstellung von homosexuellen Lebensgemeinschaften machen werden, an deren Ende nur ein klares Bekenntnis zur Ehe für alle inklusive Adoptionsrecht stehen kann. Für viele ist es aufgrund der immer herrschenden Vorurteile und der nicht vorhandenen gesamtgesellschaftlichen Akzeptanz leider nicht leicht, offen zu ihrer Homosexualität zu stehen. Ich selbst kenne viele Schwule und Lesben, die glücklicherweise keine Anfeindungen über sich ergehen lassen mussten bei ihrem Outing. Das ist aber nicht bei allen so. Und deswegen will ich euch, die aufgrund eurer sexuellen Orientierung verspottet, angefeindet oder diskriminiert werden, ganz klar sagen, es wird besser. Vielleicht dauert es noch ein paar Jahre, bis auch wirklich jeder in Österreich verstanden hat, dass in die sexuelle Orientierung von anderen Menschen nicht nur nichts angeht, sondern sie auch keine Gefahr für ihn darstellt. Vielleicht dauert es noch ein paar Jahre, bis auch wirklich jeder in Österreich kapiert hat, dass Menschen, die einander lieben, nur Verantwortung füreinander übernehmen wollen und es nicht sein kann, dass wir in diesem Zusammenhang unterscheiden, ob jemand schwul, lesbisch, bisexuell oder hetero ist. Wenn Homosexuelle heiraten dürfen, dann hat das genau eine Konsequenz, dass Homosexuelle heiraten dürfen. Nicht mehr und nicht weniger. Es werden deswegen weder die Polkappen abschmelzen noch mit einer Hungerkatastrophe ausbrechen. Es werden nur endlich ganz normale Menschen die gleichen Rechte haben, die alle anderen haben. Und bis wir endlich dort angelangt sind, dass in Österreich wirklich niemand mehr aufgrund seiner sexuellen Orientierung diskriminiert wird, kann es sicher noch ein wenig dauern. Aber eins kann ich euch versichern, es wird besser. Und wieder.